Aber das dürfte nur kurz sein eigentlich. Das müsste gleich alles wieder funktionieren. Aber gut, dass du Bescheid sagst. Ach, sehr gut. So, mal gucken, ob das jetzt besser ist. Jetzt bin ich wieder in Optionen. Genau, das müsste passen. So, muss ich das einmal noch neu laden und dann müsste ich auch wieder ein aktuelles Bild von meinem Stream sehen. So, gut, das lag nicht mehr, gut. Also bei mir lag das zumindest jetzt nicht mehr. Ich bin ja selber in meinem eigenen Stream. Eine strahlende Zukunft, glaube ich, am Laden. 30%er, kein Umtausch, keine Erstattung. Also mit anderen Worten, wenn sie einem Billigkram verkaufen, dann haben wir Pech gehabt. Mir gefällt das Spiel sehr gut, es macht Spaß. Ist ein schönes Spiel auf jeden Fall. Mal gucken, ich denke aber, wir werden heute nicht allzu lange machen, sondern irgendwie nur bis... Mal gucken, dass wir hier so bis irgendwie... Ein bisschen machen wir noch, aber es macht Spaß. Das hätte ich nicht gedacht. Moin, Lotte! Na, alles gut bei dir. Oh, jetzt lags bei mir gerade wieder. Oh, 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 nicht gut. Lotte, alles gut bei dir? Gut geschliffen. Das liegt echt... Ich glaube einfach, das liegt an... Lass dich klar, aber es liegt an dir. Nein, Spaß. Mir geht's gut soweit. Wollt ihr gerade mal kurz was trinken? Das passt also ganz gut, dass man hier kurz Pause macht. Bei dir ist alles fit, das freut mich zu hören. Ja, bei mir ist auch alles fit. Ich kann mich nicht beschweren. Also bis auf, dass hier... Ein bisschen Baustelle ist. Bei uns gerade, weil hier... War mal Wasserschaden und so ein Kram. Und jetzt ist hier bei meinem Nachbarn unten jetzt... Deswegen hatte ich heute Morgen zum Beispiel mal kein Wasser. Aber das ist schon okay. So, wenn jetzt auch... Gibt's Schlimmeres. Hier ist alles drin. Vor einer Stunde habe ich mir den idealen Weg gemerkt, um den Drohnen zu entdecken. Danke, danke. Folge ihm einfach. Es ist eine Riesenehre, von den Besten geöffnet zu werden. Wie Autogramme geben. Ja, Tee. Ich trinke Tee. Und jetzt muss ich ihm die Erinnerung rauben. Okay. Ach so, das war geplant. Okay, gut. Warum formulieren die das dann so gemein? Oh. Ich habe Memo-Booien an der Route gelegt. Sehr gut verankert. Sie sagen dir, wann du meine Remini-Szenen aktivieren sollst. Besten Dank, dass du meinen Kopf nicht entleert hast. Oh. Ein Moment lang dachte ich, du wolltest unsere Begegnung löschen. Auch nie vergessen. Tee ist ein größter Fan. Folgen sie. Okay. Wir sind in der Echtzeit. Durch Erwaltungen der Echtzeit dargestellt. Wir drücken sie eh, um sie zu aktivieren. Okay. Jetzt wieder umgucken, weil ich immer überall Secrets vermute. Boah, Lucy, 122 Stunden schon. Halt, da fällt da ganz schön viel. Du bist doch schon voll reich. Doch, schon 5709. Nein, auch ich nicht rum. Das ist ganz schön viel. Okay. Dann drücken sie eben, wo ist sie eben. Da ist sie. Ja, hi. Alles nach Planung hast du gerade mit mir gesprochen und nun Zugang zu dieser Rimini-Szene. Ja, hab ich. Genau, was ich tue. Dann hast du den Weg zu deinem Zielbahn. Ich hoffe, du bist bereit. Es geht los. Ja, wurde viel herausgegangen. Das stimmt allerdings, aber auf jeden Fall echt krass, dass du so viel Zeit schon hier verbracht hast. Nice. Danke dir auf jeden Fall nochmal für das Ganze. Für die ganze Zeit. Dein Sensen überlagert deine Umgebung mit meinen Erinnerungen von diesem Ort. Mit deinem Handschuh synchronisierst du dich mit ihnen und kannst versteckte Informationen finden. Also gut. Ich lasse dich synchronisieren. Wir treffen uns drüben. Dann synchronisiere mich mal. Halten sie... Oh Gott, das ist diese Toste, ne? Okay, ich muss das, äh, wiederholt drücken. Okay. Ich hab gerade gedacht so, hä? Ja, nicht schlimm. Es ist nichts passiert bis jetzt. Warte. Also gerade ist nichts passiert. Also nicht viel passiert. Ich hab halt nur da gestanden und hab hier gedrückt. Nichts nennenswertes. Aber gut, danke, dass du Bescheid sagst. Weiß ich nicht. Das sind wahrscheinlich so kleine... Irgendwie das ist mein Internet-Sick, der das Internet nicht richtig überträgt. Also ich kann's nur auf verschiedene Probleme eingrenzen, aber immerhin, also es scheint ja jetzt wieder zu funktionieren. Irgendwie hab ich immer gemerkt, ja stimmt, du hast oft gewonnen. Das stimmt schon. So hab ich jetzt hier die Dinger. Ja, genau, gut, ich kann die Tür jetzt aufmachen. So. Gucken wir uns hier mal weiter um. Hab ich mich erschrocken! Ah! Noch nie, oder? Boah, ich kann doch Timing-Sachen nicht. Geil! Geil! Boah! 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 Die blaue Anzeige ist ihre Fokus-Anzeige. Sie gewinnen jedes Mal. Hinzu, wenn sie einen Gegner treffen oder... poffen. Ja gut, okay, also mit anderen Worten, bei mir ist die immer leer. Wenn sie ein Gegner überlassen ist, halten sie Fokus. Verwende eine, ich habe ja auch einen Fokus bei. Achso, ich brauche Fokus, ein bisschen wunderschön, okay. Ja und diese F... Ja, ich brauche die Kombo, aber ich schaffe die Kombo nicht. Jetzt, 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 jetzt. Ah, jetzt habe ich die Kombo verstanden. Okay, gut, okay. Da kann ich jetzt auch Schaden machen. Ich habe endlich verstanden, wie ich die Kombo auflade. Hat ja auch nicht ewig gedauert oder so. Außer Betrieb, ja, sieht man, da soll ich hoch, dann gehe ich dennoch nicht hoch. Ja, besser später als nie, aber... Gut, ähm... Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht hätte beheben können, indem ich den Tipp gelesen hätte. Ich bin mir unsicher. Achtung. Wovor Achtung? Das konnte ich jetzt nicht lesen. Drohnenbaustelle, ja, gut, okay. Das schaffe ich schon. Leute, was machst du... Was hast du heute schon Schönes gemacht? Ja, schön, dass du wieder da bist. Ach, da bist du. Ja, ich weiß, sag's doch nochmal. Einführer. Oh! Shift links und okay. Wiederholt e-spam. Gau, 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 gau! Und dann kann ich die Tür aufmachen. Ach, da oben die Tür mache ich auf. Oh, das Spiel, ey. Das machen wir fertig, ey. Aber hab ich nicht... ...irgendwo ganz weit oben eine Tür aufgemacht? Ich bin verwirrt. Ja, ich muss an die Drohne springen. Die Frage ist so, von wo? Ja, mach doch. Ja, spring doch. Ah, so. Gut. Bin ich jetzt wieder zurückgegangen? Weil ich dachte, hier ist vielleicht irgendwas. Oh, ich glaub ja. Mist. Okay. Das ist ein Rückweg. Ja, man muss ja alles ausprobieren, ne? So, man muss ja alles zeigen. Da waren wir ja auch schon mal bei dem Thema, ne? Man muss halt wirklich einfach alles zeigen, dann passt das schon. Okay, was haben wir hier? Da ist ein gelbes Ding. Okay. 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 Ja, liebe Drohne. Toll. So, solange ich das nicht weitermache, kann ich mich hier doch jetzt erstmal umgucken, oder? Sind hier irgendwo die Dächer vielleicht schon, oder? Ne, hier sehe ich die Dächer noch nicht. Okay, gut, dann machen wir mal. Wenn du den Drohnen begegnest, pass auf, die stellen keine Fragen, wenn du weißt, was ich meine. Ach, die stellen keine Fragen, die Drohnen, echt jetzt? Bleib außerhalb ihrer Ortungskegel, dann bist du sicher. Okay, nicht hin. Es ist nur, die Ortungskegel zu sehen. Ich habe ein Gerät gebaut, mit dem ich sie als Overlay auf meinem Sensen sehen kann. Jedes Mal, wenn du meine Remini-Szene aktivierst, kannst du sie durch mein Gedächtnis sehen. Okay, gut. Ja, geh doch da hoch. Okay, hier sind aber auch nicht diese Dächer. Da sind diese Dächer, warte mal. Dann ist da auf jeden Fall was. Warte mal, kann ich da erst hoch so einmal so? Dann hier wieder runter. Jawoll! Neues Lebenspack. Also sozusagen, davon brauche ich ja fünf Stück immer oder so. Dann habe ich ein neues Leben. Das passt aber auf jeden Fall. Jetzt nochmal einen Schluck trinken hier und dann aktivieren wir den Kram auch mal. Aha. So. Wir wollen ja hydriert bleiben hier, ne? So, los geht's. Oder ich warte nochmal kurz. Ich wurde markiert. Im Moment, ich muss mal eben hier. Jemand will was von mir. Okay, ne, ist es nur... Okay, ist es nur sowas. Okay, gut, da brauche ich ja nicht. Das ist also vollkommen okay. Gut. So, machen wir weiter. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Im... Im Menü, wo auch sonst, ne? So, zack. Einmal hoch, bitte. Nur ein kurzer Sprung ist zum Ziel. Hä? Ach, da muss ich rein, okay. Verdammt! So natürlich nicht. Oh. Hi. Okay, ich feiere das ganze Jahr Weihnachten. Alles klar, mach ich. Zu Befehl. Dieser Kid Christmas. Ich kannte ihn. Ein Gedächtnisjäger wie ich. War nun die Schande deines Berufsstands. Ein potenzielles Genie, das seine Seele für Geld verkaufte. Okay. Ah, okay, hier ist ja so ein Ding. Das ist... Irgendwo hier wahrscheinlich, ne? Irgendwo, wo so ein rotes Tor, eine rute Tür ist. Wollen wir mal gucken. Ne, hier ist es nicht. Luftfeuchtigkeit 13%. Das ist okay. Ist eine Kletterwand, da kann ich nicht auch klettern. Von da komme ich. Also gehe ich weit her. Geh mal nach oben. Hey, muss ich hier gar nicht hin? Okay, ich muss auch Fokusboost sammeln, okay. Immerhin das ganze Jahr geiles Essen. Was meinst du jetzt damit? Tun mir leid, ich bin irgendwie gerade verpeilt. Weihnachten das ganze Jahr? Achso. Ja, das mag sein. Da habe ich jetzt gerade auf dem Schlauch gestanden. Aber ich muss sagen, das ganze Jahr Weihnachten fände ich jetzt auch irgendwie, glaube ich, anstrengend. Ja, da wäre ich auch lieber wieder runtergegangen. Boah, das sind die da echt einfach so. Hä? Nein, du sollst... Also jetzt sollst du aber so langsam wieder machen, was ich möchte hier. So, zack. Wo ist ich denn noch da? Wo muss ich denn hin? Hä? Ich bin verwirrt. Ähm... Hi, Drohne. Benni, du sollst wieder... Du sollst schon nach oben, aber du sollst, äh... Genau. Schön springen. Oh, nee. Oh, nee. Heil dich! Tja, damit haben wir sie mal fertig gemacht. So, von da kommen wir. Das muss aber nicht heißen, dass wir nicht irgendwo anders noch hin können, ne? Äh. Ja, gut, okay, gehen wir weiter nach hier oben. Ja, geh ruhig da her. Wie lange soll ich noch klettern? Wie weit soll ich noch klettern? Mann, die Tracke ist gut. Ja, echt mal, wie weit sollst du noch klettern? So, und mal. Zwei runter? Ne, noch ein runter war falsch. Das war zu weit. Okay, hoch. Hoch. Rüber. Rüber. Wie lange soll ich noch klettern? Okay, gut, stirbt aber wieder voll das Leben. Ja, machen wir. Ach, ich wusste auch gar nicht nach unten. Ich hoffe, ich bin hier nach unten gegangen. Oh, jetzt bin ich hier bei der Orangeninie, oder was? Ne, da will ich doch gar nicht hin. Nein, ich will nicht der Orangeninie folgen. Nicht schon wieder. Okay, aber er speichert ab. Das ist schon mal gut. Das war wieder der Kreis von der Drohne, ja genau. Von den Drohnen. Gut. Easy. Easy! Warte mal. Ne, das ist nicht hier. Warte mal nochmal angucken. Könnte da irgendwo sein. Eine Regelung zur Privatsphäre verbietet Drohnen durch die Wände zu scannen. So kommen wir auf die andere Seite. Okay gut, dann machen wir. Warte mal, ich muss das hier drücken und dann e-spam. Genau. Und da kann ich die Tür aufmachen, ne? Ja, genau. Puh. Nice. Nice, nice, nice. Temperatur 18 Grad. Ist das nicht ein bisschen, ich sag jetzt mal erfrischend? So. Aber naja, gut, okay, ne? Wie ist da? Aber das wäre auf dem Königs, ne? Hä? Ich dachte, ich bin noch drin. Bis später, Lucy. Guten Hunger dir. Lass dich schmückern. Bleib dran. Okay, gut. Also wenn man dann da irgendwie drin ist, ist das auch blöd. Die Wand schützt uns vor den Drohnen-Scangern. Geh dahinter und halt dich versteckt. Ja, offensichtlich nicht. Ach so, und jetzt muss ich... Ah, hier ist auch das... Uh, nice. Gut, dass ich mich umgeguckt habe. Gut, dass ich mich umgeschaut habe. Das bringt ja manchmal doch was. Man geht auch bloß kaum. Huch. Warte mal, jetzt hier bestimmt auch noch was, oder? Ja, moin. Wir finden richtig viele Sachen hier. Nice. Ähm, dann gucken wir jetzt, äh, mal, wie wir uns vor dieser wunderbaren Drohne verstecken können, würde ich sagen. Okay. Ziel erreicht. Okay, das ist, äh, ganz nett, wenn man Ziel erreicht hat, würde ich sagen, ja? Mal gucken, was unser nächstes Ziel ist. Hallo? Ach so. Oh. Mal wieder was Offensichtliches übersehen. Schussstücke-Aussicht, ne? Die würde ich mal kurz genießen. Oh, ne, nicht mehr wieder. Na, komm her. Gut, gut. 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 Oh, ich hab wieder was. Nein, ist verfügbar. Nice. Combo Lab. Warte, guck mal, was haben wir denn noch verfügbaren jetzt? Äh...